Bereits seit 18 Jahren findet die Lehrlings- und Bildungsmesse in Vöcklerbruck statt und wächst mit jedem Veranstaltungsjahr weiter. Heuer waren fast 80 Betriebe, alle aus dem Bezirk Vöcklerbruck, mit dabei und haben Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit geboten, sich zu informieren und kennenzulernen. Uns ist ganz wichtig, vor allem die Jugendlichen, und das ist auch unsere Zielgruppe heute und gestern bei den Schultagen, die Jugendlichen anzusprechen, die noch nicht wissen, wie ihr Weg weitergeht. Dass sie einmal schauen können und sehen, was bieten die Betriebe, was passt zu mir, wo sind meine Stärken und genau das können sie hier auf der Messe erleben. Der Andrang war groß, täglich wurden über 500 Besucherinnen und Besucher verzeichnet. Wir haben das breiteste Angebot, das man sich nur vorstellen kann, von der Gastronomie über Metallbau, über Holz, Maschinenbau bis hin zu den vielen Schulen, die wir haben im Bezirk Vöcklerbruck. Also es gibt nichts, was es nicht gibt und auch hier auf der Messe nicht gibt. Das breite Angebot bietet einen direkten Einblick in die Welt der Betriebe. Für uns ist es immer ganz wichtig, dass wir wirklich an so Messen teilnehmen, um auch vor Ort zu sein, um den Jugendlichen auch wirklich einmal an praktischen Beispielen wie am Löten und solche Sachen auch zu zeigen, was sind die Berufe wirklich. Weil viele Lehrlinge oder viel potenzielle zukünftige Lehrlinge können sich noch gar nicht so genau vorstellen, was sind denn die Berufe, was tue ich denn da wirklich. Und anhand solcher praktischen Beispiele und Sachen, die es selber machen können, erfahren es dann einfach auch viel besser, um was geht es denn wirklich. Bei der Messe können sich die Besucher aber nicht nur mit den Betrieben vernetzen und an interaktiven Angeboten teilnehmen, sondern auch in den direkten Austausch mit den Lehrlingen der Betriebe treten. Unsere Firma sucht eigentlich irgendwie ein Lehrling und so ein Messe ist es einfach eine gute Chance, dass man seine Firma bewerbt und halt im Lehrberuf auch weiterbringt in die Welt aussehen. Es war wirklich cool, die ganzen Berufe zu sehen, was man so machen kann. Und ja, ich habe jetzt ein paar Ideen. Ich finde es sehr cool, weil es ist sehr informationsreich und es ist ganz klasse, dass man auch so viele Sachen auf einem Mal sieht. Zufriedene Gesichter also auf der Lehrlings- und Bildungsmesse in Vöcklerbruck, sowohl bei den Betrieben als auch bei den Interessierten.